Musik Du hast mich angelogen, Mom! Jürgen schmeckt überhaupt nicht wie Eis! Schwer zu beschreiben. So viele gibt's gar nicht auf der Welt, das kann man auch gar nicht zählen. Es ist zu Weihnachten immer ganz hübsch geschmückt. Dort ist ganz voll und groß. Manchmal hat man da auch Kühlschränke, wo alles drin liegt, was eigentlich im Kühlschrank liegen sollte. Dann kann man auch Sachen, wenn die kaputt gegangen sind, wieder wechseln, wenn man die Schilder noch hat. Und da drin braucht man entweder eine Tasche oder einen Korb. Und man kann auch manchmal da Wurst kaufen. Oder man guckt einfach mal nur da drin und dann kann man auch Eis kaufen. Man kommt da hin, entweder mit dem Auto, entweder mit dem Fahrrad oder man läuft. Oder mit den Beinen. Und man kann aber auch den Bus wehren. Oh, da wird ein Flugzeug und dann spricht man bald schon. Oh, da wird ein Flugzeug und dann sind wir. Untertitelung des ZDF, 2020